Er ist in meinem Kopf. Hier spricht Elise. Ich brauche Hilfe. In meinem Haus gehen Dinge vor und man sagt, Sie kennen sich damit aus. Darf ich fragen, wo Sie wohnen? Ich lebe in Five Keys, New Mexico. Dieses Haus gehörte meiner Familie. Elise? Wann haben die Vorfälle begonnen? Kurz nach unserem Einzug. Ich habe viele Geister gesehen und das schon jahrelang. Ich kann auch Dinge sehen. Aber das hier ist anders. Elise, da ist jemand genau vor Ihnen. Da ist gar nichts. Irgendwem muss rein und Sie finden. Ich kann helfen. Hier, Insel. Sei vorsichtig. Vertrau mir. Elise! Diese Erscheinungen können sehr erschreckend sein. Ver amarsten. Verge. Ver. Subtitel-Inster Text im Auftrag von Funk cuz ihre naturale